Tilke erquält. Ja, sammwegt, sammwegt. So. Und ich finde es schade, dass die Ochsenkarawaden nichts angezeigt haben, weil sie einfach zu wenig Gold transportieren. So, ich könnte... Die Verbesserung, die ist wichtiger, glaube ich, als die Bergfestungsrekruten. Und ja, guckt mal, wie jetzt das Gold wieder reinrieselt. Und dann würde es sich so fast lohnen, wenn ich genug Nahrung hätte, nochmal weiter die Sachen zu verstärken. Ja, und jetzt ist meine Befestigungsanlage hier relativ nutzlos. Ach komm, das kann man sich doch nicht ansehen. Helf mal hier ein bisschen mit und reiß das Zeug ein. Ihr baut lieber hier eine Festung noch und noch eine vorgeschobene Brückenkopf. So. Haut mal das Tor ein, dann haben wir hier offene Fläche, wo wir uns verteidigen können. In der Bergfestung ist alles fertig. Äh, im Dorfzentrum. In der Bergfestung kamen wir noch zurück zum Erforschen. Das könnten wir allerdings hier hinten erforschen. Zum Beispiel die Elite-Kavallerie. Wenn wir mal genug Nahrung haben. So wie jetzt. Übrigens Nahrung, das könnten wir auch nochmal verbessern. Die Forschung bringt uns leider nichts. So, bessere Schilde. Und ja, die beiden haben definitiv etwas gegen Mauern von Loki. So, ich könnte Ballisten oder andere Belagerungswaffen hier in der Belagerungswaffenfabrik bauen. Aber ganz ehrlich, die Nordmänner, die brauchen keine Belagerungswaffen. Vor allem nicht, wenn sie... Wenn sie Huskale haben. Die auch noch von... Wem war es nochmal? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. War das nicht Heimdall sogar, der die Huskale... Nee. Heimdall macht die Sachen. Äh, jetzt muss ich gerade wirklich nochmal gucken. Berserker. Ah ja, hier. Tapferkeit. Also von Tür. Tür macht Huskale effektiver gegen Gebäude. So, wir kommen langsam an unser Bevölkerungslimit. Ich guck mal kurz, wie viele Huskale haben wir? Wie viele Hersen haben wir? Also ja, von jedem nochmal fünf oder so. Nein, nicht von dir. Fünf von euch. Und dann sind wir bald soweit. Dass wir beim Gegner ein bisschen einfallen können. Ja, wird auch langsam Zeit. Die Sachen bringen uns nicht viel. So, hier noch einer von der Sorte. Und es schafft immer irgendwie ein Arfzerk auf Erkundungstour zu gehen. Wisst ihr was? Noch ein Jarl. Und noch ein Huskale. Ich finde, Jarl ist eine der wenigen guten Kavallerieinheiten. Oh. Das heißt, den Jarl können wir gar nicht mehr ausbilden. Also muss noch ein Huskale herhalten. Außer wir töten doch nochmal die Schiffe oben. Aber ist nicht nötig. Lieber verbessern wir jetzt unsere Waffen noch einmal. Schicken unsere Truppen rein. So. Und da kommt nochmal uns eine Armee entgegen. Na, kommt. Machen wir einmal Feuerwaffen. Übrigens auch ein Zauber, den ich ziemlich cool finde. Oder ein göttliches Wunder. Und ja, da unten sind die Ausbildungsgebäude unseres Feindes. Inklusive noch einer kleinen Armee. Hier. Jo. Der einzelne Ulfzwerksspeer läuft immer noch da hinten herum. So, das verbessern. Können wir eigentlich fast schon. Yay. Und ja, meine Truppen, die verteilen sich richtig schön. So, ich gebe nochmal fünf Yale in Auftrag. Ähm. Ja, macht da ruhig mal alles platt. Und versuch mal ein bisschen koordinierter vorzugehen. So, noch mehr Yale. Machen wir ihre Ochsenkarren kaputt. Und wir haben ihre heilige Quelle erobert. So, erstmal ihr Dorfzentrum einreißen. Das geht ja mal gar nicht. Ja, wir haben Lokis Trabanten einigermaßen besiegt. Schnappen wir uns mal die Reliquie. Kunngier, oh, den Speer. Er wird die Angriffsstärke von Hobliten, Arpsers und Speerträgern. Ja, sehr schön. Bringt das nur leider nicht so viel. Wie ich es gern hätte. So. Bevor wir jetzt weiter in Richtung Ebrick gehen, erkunden wir hier noch das Gebiet fertig. Die können den Marktplatz einreißen. Viel mehr ist hier ja auch nicht. Ach stimmt, da hinten, so wie das aussieht, ist da hinten noch ein Dorfzentrum. Na, kommt. Schnappen wir uns alles, was wir haben. Bilden wir noch mehr Ruskale aus. Das aussieht, als ob wir von denen die meisten verloren hätten. Obwohl, hier laufen noch mehr als genug davon rum. So, und machen das zweite Dorfzentrum von ihnen noch platt. Dann haben wir nämlich endlich Ruhe vor ihnen. Und ja, ein paar von meinen Truppen verteilen sich hier ziemlich gut, merke ich gerade. Weil die irgendwelche Dorfbewohner verfolgen. Das können wir die... Ja, sogar Felder müssen Brock und Eitri einreißen. So, jetzt können wir hier alles zusammenziehen, was wir noch so an Einheiten haben. Du kannst den einzelnen Arbeiter da töten. So, ansonsten sehe ich nirgendwo mehr Einheiten von uns rumwuseln. Deswegen schlappe ich mir mal meine neun Jahre. Und ja, Brock und Eitri hauen tatsächlich auf die Felder ein. Da oben habe ich gerade Trolle gesehen. Dort ist nur eine Kluft. Also ja, da oben sind zwei Trolle. An die kommen wir allerdings, glaube ich, nicht ran. Also ziehe ich mal meine Truppen nach, weil die Axtwerfer dürften an sie rankommen. Und die paar Einherier da. Äh, ja, du musst auch mit. Ja, die Einherier haben keine Chance. So, macht mal die beiden tot. Die nerven nämlich nur. Und meine Jale. Mythische Einheiten kosten günstiger. Brauche ich auch nicht unbedingt mehr. Weil ich ja so gut wie keine mythischen Einheiten ausbilde, beziehungsweise ausgebildet habe. So, du kannst mal nachgezogen werden. So, die Trolle sind weg. Hier müsste gleich Wald kommen. Und ja, Loki verwandelt den Wald in Trabanten. Beziehungsweise in wilden Wald. Und die zählen auch als mythische Einheiten. So, wir schlagen uns jetzt aber durch die durch. Da wir ja ziemlich viele Jale haben. Die Jale sind echt vorteilhaft. So. Hier können wir auch mal was anzünden. Da kommen uns nämlich die Trabanten auch noch entgegen. Beziehungsweise suchen das Weite teilweise. So, und gleich sind wir bei dem Eber. Und da ist sogar Skuld. Und ja, wenn wir versuchen Skuld anzugreifen. Das ist übrigens dasselbe Text wie aus der Originalkampagne in seiner Beschreibung. Dann macht er sich, glaube ich, rar. Genau. Skuld wird zu Raben. Und da sind noch mehr solche wandelnden, geschnittenen Kiefer. Ach ja, und der ganze Wald brennt ab. Ah, jetzt brauche ich Brock und Eitri. Die muss ich jetzt nur zum Eber bringen und dann haben wir es geschafft. So. Wir haben gewonnen. Und so kam es, dass Brock und Eitri den prächtigen Eber wieder erlangten und ihn freier übergaben, der mit der Erfindung der Brüder sehr zufrieden war. Loki der Listige aber hatte eine Niederlage erlitten. Jahre später sollten seine Wege und die der Zwerge sich wieder kreuzen. Aber dies ist eine andere Geschichte. Ja, so haben wir landen wieder in dem Kampagnenmenü. Gehen wir mal nach hier oben. Und ja, wir haben Lokis Tempel und damit die Goldene Gabe abgeschlossen. Und was der Zähler gemeint hatte gerade, dass sich die Wege von Brock und Eitri mit Loki erneut kreuzen. Das ist eine Anspielung auf die Geschichte, wo sie Thor's Hammer neu schmieden. Ja. Ich hoffe, euch hat diese kleine Kampagne auch gefallen. Sie war auf jeden Fall sehr zwergenlastig. Also ich mag Brock und Eitri ziemlich gut. Auch wenn Eitri kreischt wie ein Affe. Was irgendwie komisch ist. Aber ja. Das war die kostenlose die Goldene Gabe Kampagne. Ich hatte viel Spaß dabei. Auch wenn sie kurz war. Also gab es mal zwei Aufnahme Sessions. Wobei diese jetzt ziemlich kurz war die Aufnahme Session. Das heißt, wir sehen uns als nächstes im richtigen Add-on. In der richtigen Expansion. Die muss ich allerdings noch vorinstallieren. Und das wird sich ein bisschen was ändern. Aber das werdet ihr dann gleich sehen, sobald ich in die nächste Folge gehe. Also würde ich sagen, ich gehe ins Hauptmenü und sage Tschüss, bis dann.